Hallo zusammen, Salve Atudi. Wir haben Freitagabend, den 2. Juni, und zwar 19 Uhr. Früher ging es nicht. So, schauen wir erstmal auf den DAX. Was mir grundsätzlich auffällt, ist, ich bin überrascht, wie mit wenig, wie mit ganz wenig Beachtung da eben diese Einigung in Amerika in allen Märkten irgendwie aufgenommen wird. Ich habe gedacht, da passiert ein bisschen mehr. Nö. Das ist so, als ob das Avant perdu, brauchen wir nicht mehr, wussten wir, alles erledigt. Wundert mich ein bisschen. Hätte ich den allen Märkten ein bisschen mehr zugetraut. Wir gucken auf den Monat, denn der Mai ist ja rum. Das ist also der Monatschatz, eine Kerze, ein Monat. Das hier oben ist dieses Oldtimei, diese blaue Linie, die übernehme ich dann auch. Die zeige ich jetzt nochmal, das ist die 16.000, die nehme ich aber gleich raus. Wir sind hier grundsätzlich noch in Ordnung. Ja, wir haben ja dieses Top und sind aber von dem Trendfolger noch in Ordnung über die traditionelle und über die moderne Sichtweise. Stochastik gilt weiterhin als überkauft. Kein, irgendwo ein negatives Signal. Habe ich momentan gar nicht. Unterstützung auf lange Sicht. Das ist hier erstmal die 14.500, das ist die 20-Monats-Linie. Und natürlich oben als Widerstand, die 16.330. Dazwischen habe ich hier eigentlich nicht viel. Weil die hier, das war das vom, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo es in meinem Haus sind. Das hier war ja vom März. Und da sind wir auch auf die 20-Monats-Linie gefallen. Also das ist schon eine ganz gute Marke hier für die nächsten Wochen. Gehen wir mal auf die Woche. Die Woche ist ein bisschen weicher. Ich fange von unten an. Es ist noch kein Verkaufssignal, aber das biegt sich so doch schon deutlicher runter. Aber es ist noch kein bestätigtes Verkaufssignal. So was wäre eins. Wir sind vom Trendfolger völlig neutral. Was soll ich machen? Welchen Trends oder Folgen ist nichts da? Der muss neutral sein, weil auf Wochensicht wir nicht so viel gemacht haben. 14.500, 16.300 ist auf Wochensicht nicht so viel. Weil da machen wir ja schon rum seit dem ganzen Januar. Und also praktisch dieses ganze Jahr. Auch hier gilt nach wie vor das All-Time-High als Widerstand. Und wir haben diese Woche die 20-Wochen-Linie mal angeditscht. Bei 15.570. Ein bisschen vorher haben wir gedreht, aber das war es auch. Da also momentan ist die hier. Ich kann dem hier nichts abgewinnen. Bänder werden enger, aber ich kann dem hier absolut nichts abgewinnen. Also gucken wir mal auf den Tag. Vielleicht bringt der uns ein bisschen weiter. Da ist es jetzt der Tag. Mittwoch habe ich gesagt, der kann diesen Bereich hier. Jetzt muss ich mal ein anderes Bild hier rein machen. Moment. Zack. Der kann diesen Bereich hier. Das war ja das 38er von der Bewegung All-Time-High. Oder von unten hier am 20.03. von den 14.500 hoch bis zum All-Time-High. Weil das ist der Punkt genau, das 38er Retracement. Und das untere Band. Und eine Chart-Unterstützung. Das war ja dieser ganze Bereich zwischen 15.670 und 15.610. Ich glaube 10 war es. Das kann er nutzen als Sprungbrett. Also ich möchte nicht wirklich sagen, dass der gesprungen ist, aber egal wie, wir sind höher. Diese Linie hier nehme ich jetzt raus. Das ist nämlich die 16.000. Die brauchen wir nicht mehr. Denn die war hier lange Zeit Widerstand. Aber jetzt wird die hier Unterboden, Überboden, Unterboden, Überboden. Hat für mich keine Bewandtnis mehr. Es ist mehr die 20-Tage-Linie bei 15.943, die eine Rolle spielt. Also auch hier das All-Time-High 16.336. Als Unterstützung die 15.625. Wir sind in der Mitte der Bänder, leicht oberhalb der 20-Tage-Linie. Aber von daher ist vom Chart her momentan kein, ich sage mal, verlässliches Signal. Über das MRCD bekommen wir durch den heutigen Tag lang, kurz, kurz, sogar noch mal ein Kaufsignal rein. Und die Stochastik dreht auf relativ tiefem Niveau auch noch mal nach oben. Also ich rechne nach wie vor damit, dass wir diese Insel, die wir hier haben, zumindest mal schließen. Und da war ja der Schlusskurs 16.152. Im Moment handeln wir 110 Punkte drunter. Aber das sollten wir eigentlich schon machen. Ich bin nicht nur überrascht von der, sagen wir mal so, nicht vorhandenen Anteilnahme über die Einigung in Amerika, aber das will ich mal zeigen, anhand eines Beispiels hier, Adidas. Und zwar, machen wir jetzt mal einen 15-Minuten-Chart rein. Das ist der 15-Minuten-Chart Adidas. Ich will nur mal das als Beispiel oder exemplarisch nehmen, was da für teilweise für Bewegungen drin sind. Und ich glaube, oder vielmehr, ich behaupte, es gibt so eine Art Aktienverdrossenheit. Es gibt ja eine Politikverdrossenheit. Da ist ja die größte Partei, die der Nichtwähler. Und momentan kommt mir das so vor wie eine Aktienverdrossenheit. Da haben einfach keinen Bock mehr, die Leute. Wenn man das hier sieht, wie das auf einmal hier runtergeht. Hier waren wir bei der 157, knallen runter auf die 147. Und schließen gestern war 150. Um heute, was kann ich, haben wir die 160 gesehen? Ich glaube, wir waren, ja, wir waren dran. Das sind 10 Prozent. Und da gibt es also eine ganze Reihe von, ich gehe mal wieder zurück zum DAX, gibt es eine ganze Reihe von Werten, die Ähnliches machen. Und das ist dem geschuldet, dass in den Büchern nicht viel los ist. Das heißt, es kann nach oben wegziehen, das kann aber auch nach unten wegziehen. Für mich ist das hier, wo ist jetzt hier nochmal das Bild? Moment. Für mich ist das hier, diese 15.625, die Verbindung aus dem unteren Band, dem Retracement, den Chartunterstützung, ist für mich die Moblinie. Make or break. Und nach oben, klar, die 16.336. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass wir die rausnehmen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass übernächste Woche, 14., 15., 16. kommen drei ziemlich heftige Tage hintereinander. Am Montag, den, ich glaube, das ist der 12., jetzt muss ich mal schauen. 12.12. Ja, genau. Am Montag, den 12., mache ich wieder mit der Edda Vogt Börse Frankfurt, Börse to go, mittags um 12. Und da mache ich diesmal was ganz anderes. Und zwar, ich gucke mir die Aktien überhaupt nicht an vorher. Ja, ich werde, ich sage es aber auch dann nochmal, meinen Trader Wingman nehmen. Das ist der hier. Nicht um den vorzustellen, sondern euch nochmal zu zeigen, jeder hat seine eigenen Screening-Methoden. Und das wären halt dann meine. Da kommen also, ich gehe um 5.12 Uhr da rein, lad mir das hoch und schaue mir dann an, was das ist. Und daraufhin gehe ich dann, was weiß ich, mit euch in die BASF, in die Covestro, in die L'Oreal Talans und was auch immer ich in meinen ganzen Listen habe. Da kommen wir nämlich auf mehr als 5 Aktien. Ich weiß aber erst um 5.12 Uhr, was ich nehme. Anmelden könnt ihr euch da über Börse Frankfurt. Da ist irgendwo der Link. Haben wir jetzt auch nicht im Kopf vor. Aber den findet ihr relativ leicht. Das ist am Montag, dem 12. Von den Scheinen her, habe ich die gleichen drin gelassen wie bisher. Nur das war zum Beispiel ein 32er Hebel, ist jetzt 19. Das hier war ein 25er, ist jetzt 40. Weil 16.407 ist das ein 40er Hebel. Ich lasse die trotzdem drin, weil ich sehe momentan immer noch nicht, dass wir uns nennenswert über oder unter in den nächsten 2 Wochen bewegen. Für mich ist das hier insgesamt relativ langweilig. Ich bin auch kaum im Index selbst drin. Ich spiele mal hier und da in Aktien. Nächste Woche gibt es kaum Hauptversammlungen oder Dividendenzahlungen. Ich glaube die Nordex hat. Aber ansonsten ist da nicht viel von Werten. Also manche Werte davon kenne ich gar nicht. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Viel Grillerei, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.